Herzlich Willkommen, ihr seid in der G-Unit. Mein Name ist Tamara und der heutige Gast ist Curse. Jawohl, Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich freue mich tierisch, weil das tatsächlich für mich jemand ist, oder du bist jemand, den ich vor jetzt genau 15 Jahren ungefähr kennengelernt habe, im musikalischen Sinne. Damals kam dein drittes Album, Innere Sicherheit, 2003 im März ungefähr, März, April. Sehr gut informiert. Genau, und meine beste Freundin hat es damals gekauft. Wir haben uns dann ungefähr hundertmal an diesem Tag Track 2 Widerstand angehört, sind dann in die Schule zurück und haben aktiven Widerstand gegen Hausaufgaben und andere Dinge geleistet. Yes, diese Musik wirkt. Ja, definitiv. Und deswegen umso schöner 15 Jahre später zum siebten Album, um die Farbe von Wasser heute zu sprechen. Cool. Es ist jetzt ein Album geworden, das ich, wie ich finde, von den Themen her auch wahnsinnig spannend finde, weil da für mich so Sachen bei rauskommen, die ich von dir irgendwie immer schon so ein bisschen wusste. Also so dieses, das Kritische, das Bewusste, auf vieles von sich selbst irgendwie gucken, was macht mein Leben mit mir, so diese ganzen Themen. Aber jetzt so mit dem Buch, das es eben auch noch gibt und dem Podcast ergibt sich so ein ganz neues Curse-Bild für mich in den letzten Monaten. Okay. Ich würde gerne erstmal wissen, also der erste Song, oder der erste Song, der mir vom Album her aufgefallen ist, ist der dritte Song auf dem Album, Bei mir heißt der. Ja. Und da rappst du so ein bisschen über die Herausforderung, dass man als Mensch heutzutage immer so krasse Gegensätze miteinander vereinen muss und so viel Anspruch irgendwie auch da ist. Du bist auf der einen Seite so Zen-Mönch, musst aber Social Media wirksam sein. So, wie gehst du selber mit diesen ganzen Herausforderungen und auch mit dem Thema Überforderung um? Boah, krasses Thema. Ja. Bin ich fast überfordert mit der Antwort. Ich, ich. Aber. Es tut mir leid. Also, es gibt eine lange Antwort, nur eine kurze Antwort. Wir haben Zeit. Super, also damals, als ich drei Jahre alt war. Nein, also die kurze Antwort ist vielleicht ein bisschen Humor. Das ist die kurze Antwort so. Und das muss man vielleicht ein kleines bisschen erklären. Also, mich, ich habe das Gefühl, dass es bei mir, aber auch bei ganz vielen Leuten, die ich kenne, so ist, dass wir das Gefühl haben, ganz viele Ansprüche erfüllen zu müssen. Ja. Und zwar gleichzeitig. Den Anspruch daran, irgendwie ein tolles Privatleben zu haben, aber auch ein aufgeräumtes, kuratiertes Online-Leben. Und dann gibt es irgendwie dann noch das Berufsleben, wo etwas Bestimmtes abverlangt wird. Und dann gibt es aber noch das Sozialleben und so weiter und so fort. Die Sachen vermischen sich mittlerweile auch so krass, dass du ja auch mit deinen Kollegen von der Arbeit irgendwie meistens noch trinken gehst, abends. Und dann und so weiter und so fort. Ja, viele Baustellen, aber trotzdem soll alles irgendwie funktionieren. Genau. Und alles muss auch irgendwie optimal funktionieren. Und wir leben ja auch in so einer Zeit, in der so Erreichbarkeit und ständige Verfügbarkeit so mega wichtig ist. Das heißt, du musst ja mindestens so und so oft auf Facebook was posten, sonst denken die Leute, du bist tot oder so. Stimmt, ja. Und du musst ja auf jede WhatsApp-Nachricht sofort antworten, sonst denken die Leute, du magst die nicht mehr. Ja, zwei Stunden sind vergangen, die Haare sind blau, es ist Druck drauf, was ist los mit dir? Und dadurch setzen wir uns, weil das Ding ist ja so, ich glaube, wir finden das alle nicht so richtig geil, aber wir irgendwie dadurch, dass wir es selber machen, mit jedem Mal, dass wir es selber tun, geben wir den anderen Leuten ja auch wieder das Signal so, ja, das gehört sich so. Weißt du? Das ist bevor er sich so die ganze Zeit gegenseitig so. Und ich habe einfach für mich das Gefühl, also ich habe irgendwann einfach ganz offen festgestellt, ich kann da ganz oft nicht so mitziehen. Ich sage das den Leuten ganz offen, ich sage, ey, ich bin Kommunikationskrüppel, wenn ich mich nicht melde, sorry. Das heißt nicht, dass ich dich nicht mehr mag, aber ich brauche auch irgendwie mal so ein bisschen Raum dafür, dass ich das, ja. Oder vielleicht auch einfach, ich habe die Antwort auf deine Frage einfach nicht und die habe ich vielleicht in drei Tagen erst und dann melde ich mich, aber jetzt habe ich sie nicht und es bringt mir nichts, jetzt zu sagen, ja, warte, ich checke und dann, ja, check mal, ja, cool, kein Problem, bla, bla, bla. Genau so ist es, ja. Hätte ich die Antwort schon rausfinden können, so. Und auf der anderen Seite, ich versuche das mit ein kleines bisschen Humor zu nehmen, also auch so mein Social Media Zeug als Künstler so und ich bin, da musst du ja auch und bla und dann guckt man auch, was machen die Likes und ach und wie viele Leute gucken jetzt das Video und so. Ich versuche es aber trotzdem mit ein kleines bisschen Humor und so auch ein kleines bisschen Abstand zu nehmen, weil ich immer das Gefühl habe, so, okay, wahrscheinlich werden wir nicht dran sterben an irgendwie 10.000 Klicks mehr oder weniger. Wahrscheinlich, so, weißt du, und wahrscheinlich werden wir auch nicht, wenn wir dann mal irgendwann auf dem Sterbensbett liegen, nicht sagen, Ich hatte leider nur so und so viele Likes. Ja, oder hätte ich mal mehr Zeit damit verbracht, auf Facebook abzuchillen oder hätte ich mal bla und so weiter. Ich glaube, dass das einfach, das ist alles eine große Bubble und ist auch cool und in dem Moment, in dem, weil es macht ja auch Spaß, und in dem Moment, in dem man so ein bisschen diesen Humor und so ein bisschen so dieses, ey, jetzt ist alles nicht so wichtig und ernst reinbringt, dann kann es ja auch wieder anfangen Spaß zu machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Also, sobald man sich ein bisschen entspannt, hat man auch Raum dafür, dass man wieder so ein bisschen Spaß an der Sache hat. Und darum, das soll es ja eigentlich sein. Jetzt sind wir quasi genau da gelandet, wo ich in ungefähr drei Schritten auch landen wollte, nämlich dieses ganze, wie gehst du auch persönlich mit Social Media um, als jemand, der einerseits in seinen Songs, zumindest auf diesem neuen Album, ja auch eine angebrachte Kritik irgendwie äußert, so Leute, ihr müsst nicht als erstes am Morgen aufstehen und das Handy ist schon in die Hand implementiert und dann geht man wie so ein Zombie durch den Alltag und weiß manchmal gar nicht mehr, was links und rechts um einen rum wirklich passiert im analogen, echten Leben. Und deswegen wollte ich fragen, also das hast du aber eigentlich schon fast beantwortet, wie du für dich den Grad gehst zwischen einerseits bis zu Cursed, der Rapper, der jetzt gerade Promophase hat, der jetzt gerade ein Album rausbringt, der irgendwie auch seinen Fans zeigen will, hey yo, ich bin nicht tot, weil ich drei Tage nicht auf der Insta-Story irgendwie gechillt habe, sondern mich gibt es noch, auf der anderen Seite gibt es aber noch ein Leben, das außerhalb dieses Spektrum stattfinden muss. Hast du für dich da, also nimmst du dir das wirklich vor, wie du es haben willst zu machen oder machst du es einfach nach Bauchgefühl, wie du Bock drauf hast? Also es ist schon so zum Beispiel, dass ich mir eigentlich schon vornehme und an den meisten Tagen funktioniert es auch, dass wenn ich morgens aufwache, ich erstmal nicht zum Handy greife, sondern erstmal irgendwie, also ich greife schon zum Handy, weil tatsächlich mein Wecker ist in meinem Handy, ja, okay, aber bei mir funktioniert es relativ gut, weil ich mir es aktiv vorgenommen habe, so einfach dann nicht zu swipen und direkt irgendwie Social Media bla 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 und so weiter und so fort zu checken, sondern erstmal das Handy irgendwie an die Seite zu legen oder wenn ich das Handy halt dann aufmache, dann tatsächlich, das klingt super oldschool, aber dann lese ich tatsächlich irgendwie ein Stückchen in so einem Buch oder irgendwie sowas auf dem Handy oder so, also um mich zu, ne, also, aber diese Nachrichten checken, Social Media checken, WhatsApp checken, all diese Sachen, das mache ich eigentlich nicht in der ersten halben Stunde bis Stunde meines Tages. Okay, guter Tipp schon mal. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil die meisten Sachen sind eh nicht so wichtig, vor allem nicht morgens, ja, dass man sie nicht eine halbe Stunde aufschieben kann. und allein dadurch, dass man morgens nicht direkt in diesen Sog reinkommt und weil mit dem Gehirn passieren ja ganz viele Sachen da, ich meine, du kriegst irgendwie, Stresshormone werden ausgestoßen und so weiter, du kriegst irgendwie Fight-Flight-Response, wenn du denkst, oh mein Gott, ich muss schnell agieren und so weiter und so fort. Ja, und Fragen schon wieder, die sich irgendwie dir stellen und du weißt noch gar nicht die Antwort darauf, aber hast schon wieder so den Druck drauf. Und dann siehst du, irgendwas ist passiert, ach du Scheiße und was macht der Trump jetzt schon wieder und da bist du sofort in so einem Film und wenn du damit morgens aufstehst in der ersten halben Stunde deines Tages, das legt ja den Grundstein für die restlichen Stunden des Tages. Und das funktioniert echt gut, da morgens mal eine halbe Stunde darauf zu verzichten. Meistens funktioniert das bei mir ganz gut, nicht immer, aber meistens. Und sonst im Laufe des Tages halt so, ey, ich, ey, das ist ständiges, also ich hab da jetzt auch keine Formel, aber das ist schon so ein, das Ding ist, ich versuch schon, wenn ich mit jemandem spreche oder so, dann zum Beispiel, also bei mir ist zum Beispiel auch so, am Essenstisch und solche Sachen, keine Handys auf dem Tisch. Okay. Also weder zu Hause, noch wenn ich essen gehe mit Freunden oder so, keine Handys auf dem Tisch, weil ich hab das Gefühl, wenn das Handy auf dem Tisch liegt, ist das immer so. Alle haben was anderes noch im Hinterkopf. Das ist immer so das Signal so, du, cool, dass wir hier sind, aber es könnte jederzeit sein, dass mir was Wichtigeres passiert. Stimmt, und es passiert dann ja auch meistens. Also automatisch, wenn du siehst, irgendwer schreibt dir, hast du das Bedürfnis, das aktuell laufende Gespräch mal kurz zu unterbrechen, um irgendwem, der irgendwas jetzt gerade will, die Priorität einzuräumen. Wobei das eigentlich nicht unbedingt die Priorität ist. Voll und manchmal, wenn ich dann halt, hab ich das Handy in der Tasche, und wenn ich halt merke, dass jetzt irgendwie sechs, sieben, acht Dinge hintereinander kommen, dann sag ich halt manchmal dann eben so. Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab hier gerade sieben Nachrichten bekommen, das ist ein bisschen suspekt so. Ich muss mal kurz gucken. Ja, in Kassel, wo man natürlich steht. Ja, genau, genau. Aber, ey, das sind halt so Kleinigkeiten, aber das muss man halt auch irgendwie, erstmal hab ich das Gefühl, dass ich das ja für mich selber erstmal als ein Problem checken muss. Ich muss erstmal sagen, ganz ehrlich, das, was ich da mache, das ist nicht so richtig optimal. Ja, zu viel erstmal erkennen vielleicht so. Und das ist, glaube ich, so der allererste Schritt, so, dass man bei sich selber einfach mal checken kann, so, ey, geht's, wie geht's, ist das eigentlich wirklich gut, so? Ja. Und dann von dort aus kann man mal sehen, ob man nochmal abschalten kann zwischendrin. Das ist das perfekte Stichwort, weil jetzt der Song bei mir hier gerade zufällig hier liegt. Liegt ja schon, da schwimmt ja gerade vorbei hier zufällig. Genau, und dann nehmen wir den jetzt einfach und spielen den. Das ist einer der Tracks des neuen Albums, die Farbe von Wasser, den Curse auf sein Album gepackt hat. Und den hört ihr jetzt im Radio auf Boom FM in der G-Unit. Viel Spaß damit. G-Unit, die Einfrau-Crew am Nachmittag mit Tamara Gitschli. Das war bei mir der Track Nummer drei vom Album, die Farbe von Wasser. Tatsächlich habe ich jetzt direkt den Einstieg verkackt von, hey, wir reden mal entspannt über Musik und kommen dann in die Diepen-Themen. Sondern wir haben direkt bei den Diepen-Themen angefangen und jetzt muss ich irgendwie versuchen, nochmal irgendwie den Mittelteil zu schaffen. Und zwar, was mich bei dem Album-Titel wirklich so blöd, das klingt, interessiert hat, die Farbe von Wasser ist ja eigentlich unsichtbar. Also man sieht Wasser nur aufgrund der Tatsache, dass es irgendwas ist, was dann die Farbe gibt. Wie kamst du auf genau diese Formulierung oder diesen Album-Titel? Also die meisten Leute würden ja sagen, ja, Wasser ist ja blau. Und so, ne, ne, stimmt ja gar nicht, weil dann ist ja das Wasser in deinem Wasserglas irgendwie auch blau oder in der Badewanne oder so. Und dann so, mh, ah ja, okay. Und am Ende ist es, du siehst Wasser halt dadurch, dass es in irgendeinem Gefäß ist oder so. Oder halt dadurch, dass sich Dinge in Wasser spiegeln. Das heißt, die Farbe von Wasser ist immer die Farbe von dem, was sich darin reflektiert. Und ich habe das gehört zum ersten Mal vor ein paar Jahren, weil ich ein Buch gelesen habe, in dem ein kleiner Junge seine Mutter fragt, Mama, welche Farbe hat eigentlich Gott? Und die Mutter sagt, Gott hat die Farbe von Wasser. Denn Gott hat immer, also Gott ist für jeden das, was er darin sieht. Also Gott ist immer das, was ich, ne, die Menschen, die sich in Gott reflektieren. Und ich fand dieses Bild halt super schön und fand das auch ein mega geiles Bild für Musik. Denn am Ende ist Musik auch genauso wie Wasser. Ob dir ein Song gefällt oder nicht, das liegt wahrscheinlich viel mehr an dir als an dem Song. Und immer wenn Leute kommen und sagen zum Beispiel, ich höre es, der und der Song, der hat mir total geholfen oder keine Ahnung, vielen Dank. Dann sage ich immer auch so, ey, danke dir, weil du bist ja die Person, bei der das was auswirkt. Deswegen war für mich so dieses Bild, die Farbe von Wasser, Musik hat die Farbe von Wasser, es war halt einfach ein schönes Bild. Und ich fand, die Farbe von Wasser sind viele Vokale drin, es klingt auch ganz gut und so. Und dann, so, Punkt, war der Drops gelutscht. Okay, sehr gut. Ich bin froh, dass ich gefragt habe, weil manchmal ist es immer so, okay, der Titel erklärt sich von selbst. Aber da ist es irgendwie so ein Bild, das für mich nicht ganz klar einzuschätzen war. Aber gut, okay. Was bei dem ganzen Album für mich auf jeden Fall irgendwie rauskommt, ist, also vielleicht ist das die Wirkung, von der du gerade gesprochen hast, wenn dir jemand begegnet, der sagt, hey, das hat das mit mir gemacht. Mit mir hat es gemacht, ich hatte echt Zeit, ich hatte mir das dann auch auf mein Handy gezogen, illegalerweise vielleicht schon vor offiziellem Release. Also. Und habe es mir dann aber regelmäßig angehört und irgendwie am Ende hatte ich so ein Gefühl von, also so auf Englisch jetzt auch so dieses Empowerment, was man manchmal so hat, dass man einfach merkt, das gibt mir jetzt eine Richtung gerade, wo ich auch Bock habe drauf, auf dieses Gedankenspiel mich einzulassen. Also so was ist, wenn man mal ein bisschen bewusster auf bestimmte Dinge achtet und bestimmte Routinen, die man halt irgendwie alltäglich findet. Wie du jetzt vorhin beschrieben hast, so der erste Blick geht aufs Handy, drei halbe Stunde des Morgens ist schon wieder verschwendet mit irgendwie präsent sein für andere Leute. Wenn man das alles mal überdenkt, dann gewinnt man am Ende, finde ich. Und dann gewinnt man am Ende von diesem Album auch viel. Was ich aber eigentlich sagen will, ist dir manchmal, ist dir bewusst, dass das eine Wirkung ist, die sich ganz stark irgendwie auf den Hörer auslöst, wenn du so ein Album machst oder passiert das dann meistens einfach irgendwie? Also erstmal voll geil, vielen Dank. Das ist ein volles schöne Kompliment. Also es freut mich total zu hören. Vor allem das mit dem Empowerment, weil das heißt ja auch irgendwie Ermächtigung oder sich irgendwie in dem Gefühl von, also das Gegenteil wäre ja sowas wie quasi sich machtlos oder hilflos oder sowas zu fühlen. Genau, Depression entwickelt. Ja, oder das haben wir ja ganz oft im Alltag. Wir denken ja so, ey, die ganze Scheiße passiert mit uns und wir können gar nichts tun oder so. Und in den Momenten, wo man das Gefühl hat, man ist empowered, dann hat man ja das Gefühl, okay, ich habe Einfluss auf das, was passiert. Was mir passiert, genau. So, das ist mega, also voll geil. Freut mich auch, dass es dich freut. Ja, so war das Gefühl. Also das Ding ist, ich setze mich ganz selten am Anfang hin und sage jetzt, also am Ende möchte ich, dass die Leute das, diese Message mitnehmen oder sowas. Manchmal denke ich mir, okay, was soll das für ein Gefühl haben am Ende so? Ist das eher so sehr melancholisch oder ist das so ein bisschen so ein Gefühl? Düster oder irgendwie, ja. Genau, bei diesem Album war es eigentlich gar nicht so. Bei diesem Album war es wirklich so, wir haben einfach angefangen Songs zu machen. Die ersten Songs, die wir am Anfang gemacht haben, aus denen ist nachher nichts geworden, weil wir auch so viel rumgestochert haben, geguckt haben. Und irgendwann hat sich das dann konkretisiert, so, Entschuldigung, wie es textlich und musikalisch klingt. Und dann hat sich einfach auch herausgestellt, dass in dem Moment, in dem ich einfach auch losgelassen habe und nicht so sehr konzeptisch rangegangen bin, sondern gesagt habe, okay, was löst der Beat in mir aus? Was passiert gerade in meinem Leben? Womit beschäftige ich mich? In dem Moment sind halt auch Songs mit diesen Themen halt auch rausgeflossen. Und mir ist erst quasi nach einer Zeit bewusst geworden, dass da einige Themen drauf sind, die so in diese Richtung gehen oder so. Das war gar nicht so, das war gar nicht eine bewusste Entscheidung. Was ich weiß, was ich weiß, ist, dass Musik und Lyrics immer was mit Menschen machen. Und das weiß ich, weil es bei mir auch so ist. Also Public Enemy und Nas haben mein Leben geprägt, sag ich schon. Nas haben mein Leben geprägt, du verstehst. Das hätte mir original auch so passieren können. Weißt du, haben mein Leben geprägt und auch heute noch irgendwie, auch wenn es gar nicht die Lyrics sind, sondern nur die Musik oder so, das beeinflusst mich immens. Also ich das neue Bon Iver Album höre, das hat einfach so einen gewissen Vibe. Da bin ich einfach, das macht mich glücklich zum Beispiel so. Und ja, ich weiß, dass Musik das macht, aber und ich versuche irgendwie so das, was ich fühle oder das, was der Beat oder was der Inhalt des Songs mit mir macht, irgendwie in den Song reinzubringen. Und wenn das dann irgendwie so ankommt, wie ich mir das gewünscht habe, dann macht mich das sehr happy. Wenn es aber nicht so ankommt, wie ich mir das gewünscht habe, mittlerweile ist das dann auch okay so. Früher war ich da echt, boah, wenn ich... Das glaube ich. Weißt du, ich habe mir Mühe gegeben, so, jetzt verstehe das mal bitte. So, warum checkst du das nicht? Warum findest du den Song nicht geil? Ich habe da drei Monate dran gearbeitet. Du checkst die Message nicht, dabei geht es doch um was ganz Wichtiges, ja. So, oder ey, hast du nicht den Doppelreim in Zeile 14,5 irgendwie und so weiter, ja. Und mittlerweile ist es halt so, ey, das, ja, ich tue mein Bestes, weißt du? Bisschen Persönlich, ja, genau. Ich tue mein Bestes, weißt du, das muss teilt sein und ich gebe mein Bestes und dann werden wir sehen. Ja. Punkt. Und ja, ja. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Antwort auf die Frage war. Ich glaube, es hatte viel mit der Frage zu tun und es ist auch inhaltlich komplett... Gut, ja. Was ich tatsächlich mir oft irgendwie bei deinen Texten überlegt habe und bei dem Album jetzt ganz besonders, vor allem auch im Hinblick darauf, dass das Album deckt Themen ab, das halt sowohl irgendwie in dem Buch, das du geschrieben hast, was ist, wenn ich plötzlich... Stell dir vor, du machst auf. Genau, das liegt jetzt da draußen bei einem Kollegen, der mich noch gesehen hat mit dem Buch und der hat das jetzt. Fuck, jetzt hätte ich es sonst hier schön ablesen können. An dieser Stelle danke, Tom, für gar nichts. Aber auf jeden Fall, diese Themen mischen sich, finde ich, interessanterweise auch mit dem Podcast, der wiederum um Meditation, Coaching, Life geht. Und am Ende frage ich mich immer, was waren denn deine, hast du irgendwelche prägenden Erlebnisse oder Erinnerungen daran, warum du diese Themen, die jetzt ganz, ganz, ganz geballt gerade irgendwie in deinem Kosmos, finde ich, zumindest auftauchen, was sind vielleicht auslösende Dinge gewesen, dass du jetzt solche Themen auch irgendwie so krass bearbeitest, nicht nur so am Rande mal in einem Song, sondern halt auch als Coach, als jemand, der sich damit sehr viel mehr beschäftigt als die meisten von uns. Also das Geile ist ja, in der Musik war das schon immer da. Ja. Also hör dir einen Song an wie wahre Liebe auf meinem ersten Album, hör dir Entwicklungshilfe und Songs vom ersten Album an. Das heißt, in meiner Musik waren diese Themen schon immer da. Ja. Das heißt, die waren schon immer in meiner Musik, weil ich mich einfach als Mensch schon immer dafür interessiert habe. Also auch als ich ein kleines Kind war, habe ich mich zum Beispiel… Da steht tatsächlich auch ein Buch. Ja, genau. Ich habe halt so mein Lieblings-Was-ist-was-Buch war halt, okay, das waren die Samurai, muss ich zugeben, aber das Zweitlieblings-Was-ist-was-Buch waren die Weltreligionen zum Beispiel. Weil ich halt einfach, mich hat es halt interessiert so, weil ich früher als Kind auch immer gedacht habe, okay, vielleicht auf so die Fragen des Lebens und warum ist die Welt so ungerecht oder warum geht es Menschen schlecht und so weiter und so fort. Da haben vielleicht irgendwie Religionen eine Antwort oder Philosophie hat vielleicht eine Antwort oder irgendwie was. Und dann dachte ich, ich habe ja dann zum Beispiel Soziologie und sowas studiert eine Zeit lang und dann halt so, okay, vielleicht ist die Antwort halt bei Marx oder die Antwort liegt in irgendeiner krassen Literatur und so weiter und so fort. Und die ist natürlich überall und nirgendwo so, die Antwort auf diese komplexen Fragen. Aber die Suche danach und so hat mich schon immer total interessiert und das heißt, das war auch schon immer in meiner Mucke. Und irgendwann kam aber der Punkt, also bei mir war das immer relativ theoretisch, also es war so, ich lese ein Buch über Buddhismus oder ich lese ein Buch über das oder ich höre Vorträge über das oder so. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, ich glaube, ich muss mal darüber hinausgehen, mir das in meinem Kopf zurechtzulegen und ich muss mal damit anfangen, das tatsächlich zu praktizieren. Im wahrsten Sinne des Wortes, das praktisch anzugehen. Nicht über Meditation lesen, sondern mal meditieren. Und das war der Punkt, wo ich auch angefangen habe zum Beispiel so zu Coaching-Sessions zu gehen, um auch mal nicht nur darüber zu lesen, es zu theoretisieren, sondern zu sagen, okay gut. Was passiert denn dann? Genau und ich setze mich dem jetzt mal aus. Ich begebe mich jetzt da mal rein und mache jetzt mal irgendwie, gehe auch mal das Risiko ein, vielleicht irgendwie was preisgeben zu müssen oder verletzbar zu sein oder so und ich gucke mal, was passiert. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich immer noch gehen. Gute Einstellung, ja. Und dann habe ich halt damit angefangen und dann habe ich gemerkt, so okay, da passiert was, aber je mehr ich da reingebe, je mehr ich das zulasse, desto mehr kann auch geschehen. Und dann habe ich mich halt immer mehr da auf diese Reise begeben und irgendwann saß ich dann halt irgendwie in Indien in irgendeinem komischen Encounter-Group mit lauter verrückten Menschen und saß halt im buddhistischen Zentrum und so weiter und so fort. Und an dem Punkt ist das halt von der Theorie in die Praxis gekommen. Und ich habe einfach gemerkt in den letzten Jahren, wie unglaublich gut mir das getan hat und wie sehr mir das hilft. Und deswegen habe ich dann halt angefangen auch zu sagen, okay, ich möchte lernen, wie das funktioniert. Und habe dann die Ausbildung gemacht zum Coach und diese ganzen Geschichten. Und jetzt ist es halt so, jetzt habe ich halt den Podcast und mache diese Seminare und habe das Buch und jetzt kommt ein neues Album und jetzt fällt es, glaube ich, viel mehr auf, diese Themen. Ja, ja, wahrscheinlich ist es genau das Geballt. Aber das Lustige ist, dass ich am Anfang wirklich lange gedacht habe, okay, jetzt habe ich die Ausbildung gemacht und gut, jetzt muss ich das trennen voneinander. Ich bin jetzt entweder Curse, der Rapper oder ich bin jetzt Michael Kurt, der Coach. Weißt du, dann bräuchte ich zwei verschiedene Visitenkarten und zwei Outfits. Und das hat mich eine ganze Zeit lang total, es hat mich mega unter Druck gesetzt, weil ich dann, habe ich ein halbes Jahr nur Mucke gemacht. Dann habe ich gedacht, ah scheiße, das andere fehlt mir. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich gemerkt, ich muss Musik machen und so. Und erst vor zwei Jahren oder so ist mir halt einfach irgendwie blitzmerkermäßig die Idee gekommen, so ey, warum, warum, warum trennen? Warum immer sagen, entweder oder. So zwei Identitäten parallel erschaffen. Und nicht dies und das und so. Ey, ich mache jetzt einfach. Ey, zum Beispiel der Podcast heißt Meditation, Coaching and Life. Das ist ein Zitat von Beats, Rhymes and Life von einem Tribe Called Quest Album. Der Podcast fängt an mit wahre Liebe. Und wenn das irgendwelche Leute hören, die sich sonst nur irgendwie mit Yoga und Health Food Podcast auseinandersetzen, dann kriegen die trotzdem irgendwie eine Portion Hip-Hop. Und ich zitiere da drin irgendwie Rap-Gruppen und also ich verstecke da nicht diesen Teil meiner. Deinen Hintergrund. Ja, genau, absolut. Und genau so andersrum. Also ich meine, im Rap ist es jetzt halt auch so, ey, das sind die Themen, die mich beschäftigen als Mensch. Warum soll ich das aus meiner Musik verstecken oder so? Aber trotzdem glaube ich, und das ist das Gute, es ist immer noch so, wenn du auf ein Curse-Konzert kommst, also wenn du auf ein Konzert von mir gehst, dann musst du jetzt nicht unbedingt vorher das Buch gelesen haben und den Podcast gehört haben. Kannst auch einfach kommen und dann läuft, lass uns doch Freunde sein und kannst auch einfach eine gute Zeit haben. Du, sehr gute Einstellung auf jeden Fall. In diesem Sinne werden wir jetzt mal in deine Musik wieder reinhören. Und zwar ist jetzt ein Song hier in der Pipeline, den ich als mein Lieblingssong vom Album auserkoren habe. Es ist ganz weird, es ist tatsächlich der erste Song und ich habe ihn nicht als erstes gehört, weil die ganze Reihenfolge von dem Album, das ich mir auf mein Telefon gezogen habe, durcheinander kam, weil das nicht beschriftet war. Das heißt, ich habe den Song nicht als erstes gehört, habe dann irgendwann gecheckt, okay, es ist der erste und ich finde, der hat den krassen, also das ist wie so ein Anthem, irgendwie rauszugehen und sich irgendwie fit und irgendwie gewappnet zu fühlen für das, was jetzt gleich irgendwie noch kommt. Das war so mein Gefühl, danach kam eine Steuerrückzahlung von zweieinhalbtausend Euro, danach war meine Laune eher wieder... Resting eher, genau, im Keller. Eher so okay, aber genau. Wir hören jetzt, bevor ich noch länger rede über Steuerrückzahlung, andere Dramatiken, da hören wir jetzt einfach rein. Yes. G-Unit, die Einfrau-Crew am Nachmittag mit Tamara Gitschli. Ihr seid in der Ju-Yoon und gerade lief Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Das ist der erste Song vom neuen Album von Curse, die Farbe von Wasser. Ich bin sehr froh, dass du immer noch da bist, obwohl wir uns immer wieder bei Themen festreden. Auch nicht weggelaufen. Nee, das freut mich sehr, das ist immer überraschend. Nein, ich freue mich. Tatsächlich, weil wir gerade darüber gesprochen hatten, wie diese ganzen Themen jetzt gerade sehr geballt wirken, aber eigentlich schon immer Teil deines Lebens waren, habe ich tatsächlich noch ein Zitat jetzt gefunden auf meinem Papierzettelkram. Im Vergleich zu Psychologie und Religion hatte Rapmusik einfach die besseren Beats und das fand ich wirklich... Punkt. Ja. Also, wenn wir mal was sagen dürfen. Ja, absolut. Hat mich sehr, sehr gefreut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und deswegen jetzt nochmal der Schwenk zurück von den ganzen Themen, die wir gerade schon besprochen hatten, nochmal zur Musik selbst. Was ich mich tatsächlich gefragt habe, früher, als ich deine Musik gehört habe, als Teenager quasi, galtest du, bevor dieses ganze Agro Berlin-Muttergeficke losging, als für mich jemand, der sehr harten Rap, auch irgendwie sehr gerade raus Rap gemacht hat, keine Schmuse-Themen irgendwie, sondern auch sehr kritische Themen. Wie siehst du heute jetzt, was im Deutschrap passiert, was ist für dich noch hart? Was schockt dich da? Was funktioniert bei dir? Also, wie siehst du es? Lustig, ne? Weil wirklich am Anfang war es halt wirklich... Also, als ich mit meinen ersten Sachen rauskam, war das halt hart. Das war hart. Und das war auch unser Anspruch und unsere Attitude. Es war halt so, nee, ey, kein Bock auf dieses Kasper-Theater. Und heute ist es halt voll so, der größte Softie-Schmuse-Rapper des Planeten. Times are changing. Ne, also, Spaß beiseite. Was mich heute schockt, also schocken tut mich eigentlich quasi, also, mich schockt jetzt keine Musik so nach dem Motto, oh mein Gott, mehr sich so, was haben die gemacht oder so. Weil ich meine, ey, Rap ist schon immer irgendwie eine Mucke gewesen, wo Leute auch irgendwie unangenehme Sachen ansprechen. Und es ist auch schon immer eine Mucke gewesen, wo Leute auch echt auf einem ganzen... Also, wo Leute auch dummes Zeug erzählen, so, weißt du? Und wo man... Also, manchmal denke ich mir so, boah, Alter, drei Sekunden länger reflektiert, dann hätte es... Müsste man vielleicht manche Sachen irgendwie echt mal überdenken, so. Ja. Aber ich bin da auch so, dass ich mir denke, so, ey, am Ende, Alter, jeder macht da sein Ding und das wird sich schon alles irgendwie am Ende... Also, das Gleichgewicht ist eh da, so. Ja, die Bandbreite ist riesig. Die Bandbreite ist riesig, alles cool, jeder kann sich das selber aussuchen, was er hört und was nicht. Und... Aber gibt's was, wo du sagst, das ist jetzt so, du siehst, dass das irgendwie so ähnlich wie deine Musik vor 15 Jahren irgendwie eine Härte ausgestrahlt hat, die neu war, die irgendwie unerwartet war. Oder siehst du sowas jetzt irgendwie im Vergleich und denkst du, oh krass, das ist wahrscheinlich das, was Kids oder jüngere Leute irgendwie als hart empfinden werden. Also, ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich will ja in keinster Weise irgendwelche Vergleiche ziehen, weil das hinkt halt alles komplett. Ja, ja, bestimmt. Es gibt halt nur irgendwie... Es gibt halt nur einen Hafti, es gibt nur einen Sammy, es gibt nur einen Sourge, es gibt nur einen Curse, das kannst du gar nicht vergleichen. Aber, ähm... Ähm... Ich weiß nicht, also heute, es gibt ja... Was ich hier, was ich zur Zeit richtig gut finde, so, ist, dass es Sachen gibt, die hart sind und die auch echt Straße sind, die aber trotzdem sehr, sehr gut sind. Also, die nicht dumm sind. Ja. Weißt du, also... Und ich hab auch nichts gegen dumm als Stilmittel, so, weißt du, also, so, ne? Aber nicht uninspirierte, irgendwie einfach mal rausgelaberte, was du gesagt hast, so drei Sekunden länger, hättest du nachdenken können, wär irgendwie ein bisschen geiler geworden. Ja, genau, oder beziehungsweise, ey, der Flow ist halt einfach so hart neben dem Takt und, oder, und es geht halt wirklich, also, es hat keine, kein Wortwitz, keine Finesse, keinen Style, weißt du, und das ist die Sache, es hat keinen Style. Da gab's auch eine Zeit, wo das echt schwierig war im deutschen Rap, weil die meisten Sachen, die hart waren, halt nicht so richtig stylisch waren. Und jetzt ist halt so, ey, manchmal pump ich mir ein neues Hafti-Album oder sowas und denke einfach, alter, was geht da ab? Der Typ hat halt Flows und hat Attitude und ist halt ein Feeling so und ist halt einfach gut. Oder was weiß ich, irgendwie, ähm, gibt's tausend Beispiele, Kalim oder Olexesh oder whatever, ne? Es gibt halt einfach Dudes, die Straßenzeug erzählen, aber ey, das hör ich mir einfach an, das ist geil und ich krieg da so ein ähnliches Feeling halt einfach auch wie, als ich halt irgendwie Ende der 90er Morb Deep gehört habe oder sowas, weißt du, das ist halt einfach hart, die Beats knallen und da wird irgendein Grimy-Shit erzählt und das ist aber gut, so. Und es ist irgendwie da, ist am Start so. Also das sind auch Sachen, die hör ich auch gerne dann. Spannend zu wissen, weil, äh, ja, das immer irgendwie ein guter Einblick auch ist wie ein Künstler selber den Kosmos, in dem er sich musikalisch bewegt, irgendwie auch bewertet und ich hab mich das wirklich gefragt, als ich halt wirklich auch jetzt wieder so alte Sachen von dir gehört habe, war ich so, das stimmt, es gab ja bevor diese ganze Agro-Sache losging und alle irgendwie nur noch beleidigt haben, gab's ja nochmal eine ganz andere Härte, die damals so State of the Art war und ja, spannend auf jeden Fall, das zu hören. Um dein eigenes Album, ich merke irgendwie richtig, wie, es geht ja eigentlich um das Album, aber es gibt so tausend Themen, die bei dir irgendwie so rausstechen, dass ich vergesse, dass ich auch noch dieses Album gerne mal besprechen würde. Was zum Beispiel spannend für mich war, die Feature-Gäste-Auswahl. Wir haben einerseits zwei ganz alte Hasen irgendwie mit drauf, die deinen Weg auch sehr lange schon begleiten, einerseits Cool Savasch und andererseits Sammy Deluxe, aber auch ganz viele neue Namen, wo ich sogar in meinem Google-Internet mal nachgucken musste, wer ist das denn jetzt? Wie ist die Auswahl entstanden? Also am Anfang habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise ich habe mir immer mal wieder Gedanken gemacht, mit wem würde ich gerne einen Song machen und die Liste wird halt tatsächlich immer länger und ganz viele von den Sachen haben noch nicht stattgefunden. Also ich habe zum Beispiel noch keinen Song mit Megalo gemacht, ich habe noch keinen Song mit Motrip gemacht, ich habe noch keinen Song mit Tua gemacht, Also doch, ich habe einen Song mit Tua gemacht, aber nicht wo Tua drauf rappt. Okay. Ah stimmt, da singt er ja. Da singt er, genau. Oder Chima Ede, den ich super nice finde oder zum Beispiel auch Olexesh oder sowas. Also es gibt irgendwie eine Liste von Leuten, wo ich mir denke, okay, cool, würde ich gerne machen, aber vielleicht ist es ja nicht mein letztes Album, wer weiß. und jetzt war es so, dass zum Beispiel Fab, das ist ja ein ganz neuer Dude, den kennen noch nicht so viele Leute und da war es so, dass eine Bekannte von mir, da habe ich auf irgendeiner Party getroffen und nach dem 10. Wein hat die gesagt, ey, ich arbeite mit so einem Künstler, du musst den noch mit dem kennenlernen und ich dachte, oh nee, oh nee, ja, du musst mit dem schreiben und bla, und ich so, oh, Alter, okay. Und dann, und dann, und sie arbeitet sehr viel mit so, mit so den, den, den Max Giesingern dieser Welt, so und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, dann ist das irgendwie Singer, Songwriter Zeug und okay, whatever. Und dann irgendwann meinte sie dann so, ey, ich schicke dir jetzt mal was von, nicht sehr cool und dann saß ich halt abends zu Hause und dann kamen so die ersten Songs von dem und ich habe die gehört und ich so, ey, Alter, was ist denn da los? Also, es war unerwarteterweise gut. Ich fand es super unerwarteterweise so mega krass und ich so, ey, was ist denn das für ein Typ? Wer macht denn die Beats? Ey, okay, ich muss den Typen sofort treffen, der muss was für mein Album machen. Und dann haben wir uns getroffen und haben halt irgendwie, dann war der Typ auch noch ein super sympathischer Dude, so und dann haben wir halt erst angefangen eigentlich Mucke zusammen, also Beats zu machen und so und haben Sachen zusammen geschrieben für sein Album und so und irgendwann hat er halt eine Hook-Idee gehabt und dann haben wir festgestellt, dass wir so einen krassen Arbeitsfluss zusammen haben, also innerhalb von wenigen Momenten kommen da irgendwelche Ideen und Hooks und Themen und Beats und das war, es hat sich einfach dann so ergeben, dass wir halt da ganz viel einfach immer zusammen gechillt haben, zusammen gearbeitet haben und bei unserem ersten Treffen habe ich zu ihm zum Beispiel gesagt, ey, kennst du eigentlich Muso? Also Muso aus Heidelberg, weil du und er, ihr seid ganz ähnliche, so vom Typ her, ihr seid so ganz ähnliche, ihr habt einen ganz ähnlichen Vibe und er so, ja, das ist ein Kumpel von mir, lass doch mal zusammen Session machen. Ist das schräg. Und dann hat er halt quasi, haben wir halt gesagt, ja, cool, müssen wir mal mit Muso und dann jetzt ist halt dadurch halt Muso auch auf zwei Songs von einem Album. Jeweils beide Jungs sind auf zwei Songs. Genau. Das heißt, es ist halt irgendwie so ein bisschen so, ich meine, einfach viel zusammen Zeit verbracht und irgendwie so, ne, oder zum Beispiel Kaint. Den habe ich zum Beispiel noch, davon habe ich wirklich noch nie gehört. Ehrlich? Ne, gar nicht. Ah, krass. Ja, also Muso kannte ich, Fab kannte ich jetzt oder Fab tatsächlich durch eine Bemusterung von seinem ersten, schnelles Glück war das, glaube ich. und ne, Kaint, gar nicht. Okay, krass. Was ist da los? Den finde ich richtig gut auch. der ist Killer. Immer mehr ist das, oder? Ja, der ist Killer. Ey, der Typ ist halt, ich habe den kennengelernt, weil der irgendwie befreundet ist mit Freunden von mir, bla und so weiter halt, ne, Berlin irgendwie, man trifft sich, man kennt sich und dann habe ich irgendwie ein, zwei Sachen von dem gehört. Der hatte irgendwie so vor vier, fünf Jahren so eine Art Diebhaus oder irgendwie, keine Ahnung, so ein Leuchtturm hieß das. Okay. Und ich habe den Typen gehört und habe gedacht, okay, der klingt wie der Sänger von Blumfeld, ja, nur halt irgendwie mit etwas mehr Soul und irgendwie so auf einer, oder mit etwas mehr mit überhaupt American Soul. Weißt du, Ja. Und ich dachte so, ey, was für ein krasser Dude. Und dann haben wir ein paar Mal irgendwie, also wir haben immer gesagt, komm, lass mal was zusammen machen und dieses Mal bin ich dann halt einfach zu ihm ins Studio und habe gesagt, hier ist der Track, lass mal irgendwie was zusammen ausfuchsen und der ist übrigens auf dem neuen Prinz P-Album auch drauf, der Kind. Also der macht gerade ein paar Sachen so, ein paar gute Sachen so. Damn, ja, ich habe den wirklich gar nicht auf dem Zettel gehabt und habe dann diesen Namen gelesen, es war der einzige Name, den ich auch überhaupt nicht zuordnen konnte und deswegen, ja, aber ich finde, der Song ist auch richtig, richtig gut geworden. Ja, ich ist auch einer meiner, also Lieblingssongs kann man schwer sagen, aber ich bin irgendwas, also vor allem, weil er hat so einen Part, den hat er uns erst als aller, allerletztes geschickt, wo er so acht Takte quasi a cappella, also da singt er kein, also nicht a cappella, sondern er singt keinen Text und der Beat läuft und er improvisiert so ein bisschen so. Ich glaube, das sind meine Lieblingsachttakte auf dem Album. So, weil, weißt du, da ist einfach Feeling so. Ja. Da wird nicht gerappt, da wird nichts erzählt, da muss nichts, weißt du, keiner stellt irgendwelche Ansprüche und der Typ singt einfach krass und es hat einfach, ich glaube, deswegen gefällt mir der Song auch so gut, weil dieser Moment ist halt so, ich feiere den. Plus die inhaltliche Ebene, also fand ich auch richtig, hat mich sehr angesprochen. Vielleicht bin ich aber auch gerade in der genau richtigen Lebensphase, um das Album mit der Farbe von Wasser zu hören. Yes, sehr gut. Nee, weil ich da einfach vieles von irgendwie sehr beziehen kann auf, wie es mir und vielen Leuten, glaube ich, in meinem Alter, in meinem Umfeld irgendwie gerade geht und wahrscheinlich bleibt dieses Gefühl noch ganz lange da, deswegen muss man sich irgendwann mit sich lernen zu beschäftigen, was ich auch irgendwie durch das Buch, das ich jetzt auch angefangen habe zu lesen, gerade ganz gut finde. Also ich finde das irgendwie spannend, dass das jetzt so eine, also vielleicht, wie du gesagt hast, für viele, die dich schon länger kennen, war das jetzt nicht so überraschend, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst, aber dadurch, dass es jetzt gerade während dieses Album kommt, auch dieses Buch kurz davor erschienen ist, hatte ich jetzt auch zum ersten Mal diesen Impuls, krass ey, Curse erzählt mir nicht nur Sachen, wo ich Widerstand leisten muss und das System irgendwie nochmal infrage stellen muss, in dem wir leben, die politische Obrigkeit irgendwie anzweifeln muss, sondern auch gibt mir ganz, ganz nützliche, Impulse irgendwie an die Hand und trotzdem habe ich bei dir das Gefühl, du hast gar nicht so Bock auf diese Ratgeberrolle, dass du so der Coach für alle bist, der irgendwie jetzt sagt, so das ist das Starter-Kid, how to survive in life, sondern irgendwie gibt es da schon so eine Ebene, wo ich das Gefühl habe, du willst den Leuten halt irgendwie Impulse geben. Habe ich das so richtig rausgehört? Voll, ich finde das immer suspekt, ich finde es selber ein bisschen suspekt, wenn jemand kommt und sagt, pass mal auf, ich weiß was und das bringe ich dir, das sage ich dir jetzt, ich meine, das ist okay, wenn dir einer, also weiß ich nicht, beim Autofahren ist es immer ganz gut, wenn du einen hast, der dir sagt, pass mal auf, ich zeige dir jetzt, wie es geht. Wenn du da drauf drückst, dann passiert das. Aber so das menschliche Leben ist ja ein bisschen komplexer, als so ein Gaspedal. Ja, habe ich auch gehört, so und deswegen glaube ich, ich glaube, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten und ich glaube grundsätzlich, es gibt Themen, die uns alle irgendwie beschäftigen, mehr oder weniger, auf die eine oder andere Weise, deswegen gibt es so ein paar Sachen, wo man vielleicht sagen kann, hey, grundsätzlich könnte man vielleicht mal folgenden Ansatz versuchen und so weiter. Aber in diesem ganzen Ding, in diesem ganzen Podcast-Ding oder auch in dem Buch-Ding, ey, guck mal, ich bin selber auf dieser Reise, ne? Ja. Also ich bin selber da unterwegs. Ja. So, ich habe den Rucksack auf und so und bin selber am Laufen so, weißt du? Ich sehe gerade den Jakobsweg-Curse vor mir, der in seinem Gehstock. Aber in den Boost. Ja, genau. Mit ordentlich Mucke auf dem Ohr. Genau, so sieht es aus. Geil. Also, deswegen ist halt mir total wichtig, wirklich da null, also ich habe null so, du hast es schön gesagt, ich habe wirklich null Bock. Ja. Auf so einen Ratgeber-Guru-Move oder so. Das finde ich ein bisschen, äh, so. Zu anmaßen quasi, diese Position auszufüllen, ja. Sauquatsch. Ja. Und, ähm, und auch aus Respekt, vor allem auch anderen Leuten gegenüber, die ich persönlich kenne, die ein ganz anderes Niveau haben von dem, was sie erlebt haben und was sie erzählen können und was sie vielleicht irgendwie umgesetzt haben, so. Ähm, aber für mich ist halt so, dass ich, dass ich denke so, ey, das sind Sachen, die, es gibt halt manche Sachen, die mir auf diesem Weg bisher schon begegnet sind, die mir echt geholfen haben, so, die, die, die mich prägen und, ähm, und immer wieder komme ich in Gespräche mit Leuten, die halt sagen so, hey, was, so, ne, ich würde ja gerne anfangen, aber ich weiß nicht wo oder, ah, ich kann gar nicht medizieren, weil ich habe zu viele Gedanken und so und ich begegne so vielen Vorurteilen, die ich früher auch selber hatte und denke mir dann immer so, hey, manchmal kann man einfach drei Sätze sagen, man kann sagen so, ey, es ist gut, wenn du denkst beim Medizieren. Hä? Wieso? Ich dachte, man darf an nichts denken. Da habe ich gesagt, okay, versuch mal an nichts zu denken. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht ein paar Momente, aber da du ganz viel denkst, ähm, kannst du deinen Gedanken auf die Schliche kommen und kannst merken, was du denkst und wie dein Geist funktioniert und was der dir für Quatsch erzählt und erst wenn du merkst, was du alles denkst, dann entwickelt sich vielleicht so ein gewisser Humor, wo du dann, wo du dann darüber nachdenkst, was du denkst und irgendwann dich dabei erwischt, dass du Quatsch denkst und dann auf einmal denkst du, Moment, ich denke, aber ich denke darüber nach, dass ich denke, das heißt, es gibt irgendwie verschiedene Ebenen in meinem Geist. Ja. Okay, und manchmal bin ich in Tagträumen und dann bin ich aber total, kann ich lesen und an was anderes denken. Das heißt, da gibt es auch nochmal verschiedene Aufmerksamkeits- und Bewusstseinsebenen. Okay, krass, also vielleicht ist es eine komplexe Sache. Mal gucken, was passiert, wenn, und so weiter und schon läuft der Hase und schon kommt eine ganz besondere Qualität von Meditation und so weiter und so fort, dadurch, dass du denkst und dann sagen die Leute vielleicht, oh krass, habe ich das noch nie gesehen, ich setze mich mal wieder hin und dann denke ich mir so, hey, und es lässt sich, so Vorurteile und solche Sachen lassen sich so leicht auflösen. Warum nicht so? Warum nicht einfach einen Podcast machen und über ein paar solche Sachen sprechen und, oder in dem Buch halt einfach vielleicht sagen, was mir geholfen hat oder welche, welche Schwierigkeiten ich hatte und habe und so. Das ist einfach ein bisschen wie Austausch für mich. Eher als das ist, es ist weniger ein Ratgeber und es ist mehr eine Unterhaltung. Ja. Weißt du? Ein Dialog, den du mit dem Publikum oder mit der Person führst, die vor dir sitzt oder die vor dir sitzt vor dem Podcast. Ja, ja klar, logo, logo. Aber das sind perfekte Worte. Ich habe genau gehofft, dass du sowas, ohne dass ich dann sagen muss, so Curse, gib mir doch mal einen guten Lebenstipp, wie ich heute noch durch den Tag komme, ohne Kopfschmerzen, ohne schlechte Laune, sondern das ist genau das, wie du es beschrieben hast, so das kann man machen und ich glaube, wenn das jeder so ein bisschen sich ins Bewusstsein ruft, dann ist da gar nicht so viel Aufwand dahinter, aber es macht wahrscheinlich relativ viel aus. Der Punkt ist auch, wenn du, guck mal, in dem Moment, in dem du sagst, ein guter Tag ist es für mich, wenn ich keine schlechte Laune hatte oder wenn ich keine Kopfschmerzen hatte oder wenn mich keiner auf der Straße anpöbelt oder was auch immer so, dann sagst du ja sofort, okay, wenn all diese Dinge, auf die ich nur begrenzt Einfluss habe, erst wenn die passieren, dann kann ich happy sein. Ja, aber das ist wahrscheinlich schon, genau. Du erwartest schon, dass bestimmte Dinge eintreffen müssen oder nicht eintreffen müssen. Um dann quasi als Belohnung und Ergebnis, ey, am Ende, zum Beispiel, wenn man es umdreht und man sagt, okay, pass mal auf, ein guter Tag ist für mich, ein guter Tag ist für mich, wenn ich happy bin, obwohl all diese Dinge passieren. Ja. Und geht das irgendwie? du startest halt quasi am Ziel. Wenn glücklich sein das Ziel ist, warum nicht morgens aufwachen und sagen, pass auf, ich bin glücklich, egal was passiert. Und das hört sich natürlich sehr schwer an. Und bin ich jeden Tag glücklich? Nee. Und funktioniert es immer? Nee. Wie oft funktioniert es? Weiß ich nicht. Ein Prozent? Aber ey, vielleicht irgendwann zwei Prozent. Ja. Und das ist schon eine Steigerung um 100 Prozent, wenn du es so betrachtest. Also insofern, ey, manchmal einfach klein anfangen und einfach da anfangen, wo man gerade ist, fertig. Das sind die schönsten Abschlussworte, die ich mir für dieses Gespräch hätte wünschen können. Leider schon wieder viel zu wenig Zeit für tausend Themen, die wahrscheinlich noch gefehlt haben, die offen sind. Aber das Schöne ist, man kann immer wieder kommen und auch ohne Promophase hier bei Bube FM. Nice. Aber da wir in der Promophase, das Album heißt, die Frage, wo was er hört ist und so weiter, macht das natürlich. Ja, jeden Track, 14 Tracks, pures Glück und selbstbewusstes durchs Leben kommen. Falls nicht, könnt ihr noch den Podcast, auch gut, ist auch nicht schlimm, könnt ihr noch den Podcast abonnieren und auf Bube FM könnt ihr natürlich auch manchmal reinhören, aber alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du hier warst. Curse in der G-Unit. Mein Name ist Tamara Gützschü und wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch eine Empowerment-Woche des Todes mit der ist grauend. Mit die Farbe von Wasser. Ciao. Ciao. Die Einfrau-Crew am Nachmittag.